15 Punkte im möglichen Abitur, immer sehr gute Noten in Präsentationen während des Studiums und nun in der Strategieberatung, wo ich tagtäglich Präsentationen erstelle. Ich bin fest davon überzeugt, dass auch jeder sehr gute Präsentationen erstellen kann. Und damit auch dir das gelingt, werde ich dir heute eine meiner Präsentationen zeigen, werde dich durchführen und werde dir Tipps geben, damit auch dir das gelingen wird. Die erste Frage, die du dir stellen solltest, ist, wer ist denn überhaupt der Adressat des Ganzen? In meinem Fall ist das ein Workshop-Dokument. Das heißt, das sind jetzt irgendwelche Leute, die sich für dieses Thema Kommunikation interessieren und ich gebe denen eine Art Informationsvortrag darüber, wie man besser kommunizieren kann mittels der Top-Down-Kommunikationstechnik. In deinem Fall ist das beispielsweise ein Dozent, vielleicht ein Lehrer oder im beruflichen Kontext deine Kollegen oder vielleicht auch dein Chef. Diese Präsentation bzw. die Struktur und der Aufbau des Ganzen eignet sich aus meiner Sicht sehr gut, gerade für die Schule, Studium und den Beruf. Wenn es jetzt um kreative Dinge geht, wie jetzt zum Beispiel eine Marketing-Sache, so eine Werbung oder so, irgendwas Kreatives, Storytelling, dann passt das meiner Meinung nach nicht ganz so gut. Und dementsprechend solltest du auch deine Präsentation anpassen. Das ist super, super wichtig, dass du dir als erstes Gedanken machst, wer ist der Adressat? Im nächsten Schritt geht es dann um die Frage, wie möchte ich meine Präsentation überhaupt strukturieren und wie möchte ich die ganze Sache einleiten? Deswegen mache ich immer erstmal eine Agenda. Ich mache mir Gedanken darüber, was sind die Strukturelemente in meiner Präsentation? Wie möchte ich die Leute durch meine Inhalte durchführen? Dabei ist auch ganz wichtig, die Zeiten aufzuschreiben bzw. im Hinterkopf zu haben. Bei mir ist es so, die Einleitung, da nehme ich mir in etwa 5 Minuten für, für diesen einleitenden Hauptteil, also das ist dann schon der Hauptteil, nehme ich mir in etwa 10 Minuten Zeit und dann für den eigentlichen Hauptteil in etwa 25 Minuten. Dadurch, dass ich mir Gedanken mache, was möchte ich sagen und wie viel Zeit möchte ich mir dafür nehmen, habe ich schon ganz viel Arbeit erledigt und mache es mir dann auch später bei der Vorbereitung der Präsentation viel einfacher. Was auch noch ganz wichtig ist für meine Präsentation, ist meiner Meinung nach die Strukturelemente mitzuführen und so habe ich links oben oder an irgendeiner anderen Stelle vielleicht auch mal rechts oben vermerkt, wo wir denn gerade stehen und wir stehen halt gerade bei der Einleitung. Als nächstes kommen wir dann zur eigentlichen Einleitung und da mache ich mir immer Gedanken, warum sind wir überhaupt hier, das ist der Kontext und dann auf der anderen Seite, was werdet ihr hier eigentlich mitnehmen? Kontext heißt, hey, warum ist das Thema überhaupt wichtig? Warum sind wir hier überhaupt zusammengekommen und warum habe ich mich überhaupt mit dieser ganzen Sache beschäftigt? Das hilft den Leuten so ein bisschen in das Thema reinzukommen, motivierter und interessierter der Sache zuzuhören. Und die Ziele sind, du gibst den Leuten auf den Weg, hey, wenn du jetzt hier zuhörst und mit mir auf diese Reise gehst, dann wirst du das rausbekommen. Und das hilft den Leuten, egal ob das jetzt dein Dozent ist, deine Mitarbeiter oder eben halt auch dein Lehrer, besser diese Präsentation mitzuverfolgen. So, und dann kommen wir eigentlich auch schon zum Hauptteil. Und da sind ein paar Sachen für mich super wichtig. Fangen wir mal an mit dem Titel der Folie. Meiner Meinung nach ist das immer super wichtig, dass alles, was dieser Titel aussagt, in dem Fall klare Kommunikation ist aus drei Gründen wichtig, dass der Inhalt der Folie, der Inhalt dieser Präsentationsfolie, diese Aussage unterstützt. Und alles, was diese Aussage nicht unterstützt, gehört entweder auf eine separate Folie oder im Mülleimer, dass du es eben nicht aufnimmst, weil es redundante Informationen sind. Weiterhin ist mir immer super wichtig, dass man die Quellen auch mitnimmt. Wo hast du das her? Im Schule- bzw. Universitätskontext ist es super, super wichtig, dass du die Quellen immer mitführst. Wenn du die Quellen vergisst, dann kann es sein, dass du automatisch Abzug bekommst, egal wie gut deine Präsentation war. Hier oben sieht man dann auch wieder, dass ich diese Strukturelemente mitführe. Wir sind gerade bei der Bedeutung von klarer Kommunikation. Dann kommen wir auch schon zum zweiten Hauptteil bzw. zum eigentlichen Hauptteil. Hier habe ich z.B. mal ein Zitat aufgeführt. Hey, da haben sich schon viele Leute Gedanken drüber gemacht und das bringt das nochmal so ein bisschen zusammengefasst zusammen. Und dann kommen wir jetzt zu den eigentlichen Inhalten. Und hier möchte ich jetzt einfach mal so ein bisschen illustrieren, wie ich meine Inhalte aufbereite. Für mich ist es wichtig, dass man auch gewisse Strukturelemente benutzt und dass man diese Strukturelemente immer wieder findet in der Präsentation. Und so ist es z.B. bei Top-Down-Kommunikation so. Schreibt an der Stelle doch mal bitte in die Kommentare, ob euch ein Video zu dieser Kommunikationstechnik interessieren würde. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, ob euch das interessiert. Da ist es mir ganz wichtig, dass ich jetzt z.B. drei Strukturelemente habe. Wir haben die Kernbotschaft, die Argumente und die unterstützenden Daten. Und diese Strukturelemente findest du halt immer wieder in dieser Präsentation. Z.B. jetzt auch auf der Folgeseite. Ich erläutere diese Strukturelemente, erzähle dir, hey, warum ist das wichtig? Was sind Beispiele? Wie kannst du das anwenden? Hier findest du z.B. ein Strukturelement, das hilft, die verschiedenen Arten von Top-Down-Kommunikation zu unterscheiden, schön schematisch dargestellt. Durch ganz einfache Elemente kannst du hier eine super schicke Präsentation auch machen. Wie gesagt, immer super wichtig, dass du hier deine Quellen mitführst und wie bereits gesagt, dass alle Präsentationsfolien, die du da hast, dass du einen Titel hast, dieser Folie und dass alles, was auf dieser Folie steht, diesen Titel unterstützt, damit das eine ganz klare Struktur ist, damit die Zuhörer dir ganz einfach folgen können und du entsprechend deine Inhalte auch sehr gut rüberbringen kannst. Du kannst natürlich auch kreative Elemente mit einbauen, im Hauptteil, im Schluss, wie jetzt zum Beispiel hier, dass ich hier so ein Bild mit reingebracht habe, dass ich hier so Icons mitnehme und entsprechend solltest du auch manche Dinge so ein bisschen hervorheben durch ein Bolding, also Fett machen des Textes. Genau. So. Und dann kommen wir noch zu einer weiteren super, super wichtigen Sache. Viele Leute gerade in der Schule beziehungsweise im Studium, die haben dann so eine Schlussseite, ja, und da steht dann sowas drauf wie vielen, vielen Dank oder danke für ihre Aufmerksamkeit oder vielen Dank fürs Zuhören und das ist meiner Meinung nach so total unnötig. Was du allerdings machen kannst und was super hilfreich ist, ist nochmal die ganze Sache abzurunden mit einem Fazit. Am besten ist es so, du legst da die Ziele dagegen, also was hast du denn am Anfang für Ziele versprochen? Dinge, die du durch deine Präsentation erledigst und dann hältst du dein Fazit dagegen. Also was hast du alles in deiner Präsentation besprochen? Und dann sagst du, hey, die drei Sachen wollten wir hier erledigen und das sind jetzt die drei Sachen, die wir hier besprochen haben. Das könnt ihr nochmal mitnehmen, du fasst nochmal die wichtigsten Inhalte zusammen und am Ende bist du damit dann auch schon fertig. So, dann gibt es jetzt noch eine Sache, die ich euch auch noch sagen möchte und zwar ist es super wichtig, dass wenn ihr jetzt irgendwelche Quellen habt, irgendwelche zusätzlichen Daten, die ihr jetzt nicht im Hauptteil haben möchtet, dass ihr das dann in Anhang packt. Gerade wenn du im Studium bist oder in der Schule, dann solltest du alle Quellen aufführen und gerade wenn du eine Präsentationsprüfung hast oder im beruflichen Kontext noch viel mehr Daten hast, aber die jetzt halt nicht so wesentlich sind, aber du wolltest die halt dabei haben, dann solltest du das eben im Anhang dabei haben. So, dann noch eine abschließende Sache, wenn es um Präsentation geht, dann ist natürlich Übung macht den Meister immer relevant. Je mehr Präsentation du erstellst, je mehr Feedback du darauf bekommst, desto besser wirst du. Und im Idealfall ist das dann so, egal ob du jetzt in der Schule bist, im Studium oder im beruflichen Kontext, wenn du eine Präsentation hast, dann lass sie doch von deinen Leuten um dich herum Feedback geben. Jetzt weißt du, wie man gute Präsentationen erstellt. Schau doch mal in dieses Video. Hier wirst du erfahren, wie du besser Excel verstehen kannst beziehungsweise Excel-Funktionen anwenden kannst, was die wichtigsten sind, wie du es umsetzen kannst und entsprechend deine Excel-Skills auf das nächste Level zu heben. Und wenn du bist der refillaminat, ich hoffe, ?